so guten tag alle zusammen wieder einmal zur nächsten episode unserer unterstock bodenbearbeitungs video dokumentation heute bin ich wieder zusammen mit dem biombader am blankenhornsberg und wir schauen uns die sternhacke von rust an und zwar ist die sternhacke von rust hier angebaut an der senkrecht aushebung von rust an der breite verstellung von rust hier im zwischenachsbereich vom schlepper sitzt das kann man natürlich dann super kombinieren mit geräten hier jetzt mit der kreiselege oder auch mit dem mulcher oder mit der begrünungsweise kann man das gut kombinieren von der fahrtgeschwindigkeit her fahren wir so circa sechs bis acht kmh die zack dieser scheibe oder sternhacke nennen sie so die ermögliche eine bearbeitung gerade hier in junganlage für also schonen da das ist nicht es wirft die die erde nicht so weit wie wenn man mit der holscheibe fahre und es gibt auch keine so große pflugsohle im feldern die sternhacke kann man durch die versahnung kann man in dem winkel verstellen und durch diese versahnung kann man es auch noch steiler oder gerader stellen dann haben wir das arbeitsergebnis unterschiedlich anpassen je nach kultur und dem alter der reben so Untertitelung des ZDF, 2020 Das Wetter ist, wie man unschwer bemerken kann, wieder mal sehr sonnig und schön. Es war die letzten Tage auch ziemlich trocken und klar nach einer doch sehr langen Regenperiode in diesem Jahr 2021. Und der Björner wird uns jetzt ein bisschen genaueres zu dem Standort erzählen und insbesondere auf die Bodenverhältnisse eingehen. Bitte Björn. Genau, wir haben hier einen Löschstandort, wie man hier gut erkennen kann. Sehr schöner, feinkrümmeliger Boden. Die Sternhage, wir sind ja schon gefahren, die hätte jetzt den Boden schön rüber in die andere Gasse geworfen. Hätte aber, wie man hier sieht, keine Pflugsohle gemacht. Das ist auch gut wegen der Erosion. Es ist jetzt zwar hier in der Ebene, aber auch in der Ebene kann es passieren, dass bei Starkregenereignissen, die, also bei großem Gewitter, dass es dann anfängt, das Wasser zu schwemmen, abzuschwemmen. Björn, wie sah das hier mit der Beikrautsituation aus? Wir sind hier ja in der Junganlage. Vielleicht kannst du auch was dazu sagen, warum die Sternhacke für den Standort hier gut ist? Genau, von der Begrünungssituation her, wir hatten hier, wie man sieht, hatten wir Amaranth und Bingelkraut. Zum Teil auch Weidelgras. Das ist jetzt doch schön gelöst worden, wie man sieht. Die Wurzeln gelockert hier. Die Sonne strahlt und scheint, wie wir sponen sind in den Ehringen. Und dann kann das auch gut ausdören dann. In welcher Begrünungssituation ist die Sternhacke am besten zu gebrauchen? Klappt das auch? Ich meine, die hat ja relativ lange Spitzen mit höherem Bestand. Wenn wir jetzt vielleicht auch einen sehr grasigen Bestand haben oder... Ja, hier sind wir ja in der Junganlage. Hier ist ja meistens auch der Wuchs noch ein bisschen zurückhaltend. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt einen 2 Meter hohen Amaranth haben? Du hast ja gerade gezeigt, das ist ja noch für das Jahr, für die Feuchtigkeit relativ klein. Was meinst du da? Wie würdest du das einsetzen? Ja, also wenn der Amaranth höher ist, es funktioniert dann genauso. Man muss natürlich aufpassen, dass die Wurzel gelöst wird, dass sie freilegt. Ansonsten kann er nicht kaputt gehen. Wenn die Begrünung dichter ist, also in der Junganlage natürlich, schafft die Maschine besser. Aber auch in mehrjähriger Dauerbegrünung, dann wird es schwierig, weil sich dann die Begrünung wickelt, um die Sternenhacke dann. Und es kann dann zum Problem werden, dass sie sich dann verwickelt. Aber hier ist ja schön, durch die Bearbeitung im Winter schon, die Vorbereitung, Pflanzbeetvorbereitung, ist der Brot schön krümelig und gut bearbeitbar. Wunderbar, danke sehr, Björn. Wann würdest du die Sternenhacke einsetzen? Jetzt im Unterschied zur Scheibe oder zur Rollhacke? Ja, darum ging es mir. Was wäre dein Fazit in Bezug auf die Nische, die das Gerät einnehmen kann? Ja, also für Junganlage ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Gerät, weil die Rebe nicht geschädigt werden. Man hat keinen so breiten Bearbeitungshorizont und die Begrünungspflanze, die stört es dann auch gut mit dieser Sternenhacke. Und wo kommt die Sternenhacke an ihre Grenzen? Wo wird es schwierig im Einsatz? Schwierig wird es, wenn die Begrünung sehr dicht ist. Wenn man mehrjährige Dauerbegrünung hat, dann kann man die einfach nicht stören, weil dann das Problem ist, dass sich die Gräser, die wickeln sich dann hier drum herum. Man hat keinen Abstreifer hinten dran und dann hat man irgendwann einen kompletten Grasbogen hier. Das kann sich nicht freischaffen, das Gerät dann selber. Das funktioniert dann wirklich nur in der Junganlage. Oder wenn vorher schon gut bearbeitet worden ist mit der Scheibe, dann kann man das Gerät auch einsetzen als Zweit- oder Drittdurchfahrt im Jahr dann. Ja, vielleicht auch eigentlich eine ganz interessante Möglichkeit des Einsatzgebietes, dass man das halt nicht als alleinige Maßnahme nimmt, sondern in der Kombination mit der Scheibe oder der Rollhacke oder was man sonst so an bodenbearbeitenden Unterstockgeräten vielleicht noch erfinden wird in Zukunft, dass man das einsetzt eher als die Alternative, die ein bisschen weniger den Boden bewegt und potenziell auch weniger Mineralisierung anregt und trotzdem in den gerade hier in Junganlagen oder auch etwas freieren Beständen den Unterstock freihalten kann. Danke dir, Björn.